das kann ich zwar hauen bringt allerdings nichts gucke ich mir mal genau diese knobbel hier an hier sind Rohre aber keine Ventile was ist mit hier das könnte ich verschieben aber das was hier drin war habe ich ausgetauscht ich weiß gar nicht ich glaube das war das einzige secret was ich hier drin gefunden hatte und weil ich mir jetzt auch nicht sicher bin ob die feuerfalle das secret war oder ob das hier das secret gerade war das öffnet diese tür weil es war definitiv auch in der letzten aufnahmesession in ein paar nachrichten die rede von geheimen lagern damit mache ich nur die tür zu ich kann auch nicht willkürlich gegen die wände schlagen und hoffen dass ich was findet oder das hier finde ich toll dass hier drin nur das kohle versteck ist spricht aber nichts dafür dass hier mehr drin sein könnte die kiste hatte ich auch bereits aufgemacht hier sind auch keine geheimen knöpfe x markiert auch nicht die stelle das bringt mir übrigens auch nichts das rohr ist einfach kaputt hier sind zwar jede menge rohre hier ist auch ein rohr aber sonst nichts dahinter und ja jetzt bin ich wieder in diesem raum hier und ja jetzt bin ich wieder in diesem raum hier willkürliches also auffälliges meine ich natürlich hier ist wieder der weg in den tod nicht wahr ja ja und da bin ich wieder bei der flammenwerfer abteilung und da bin ich wieder bei der flammenwerfer abteilung und da bin ich 2 mich wieder ein alter hier unten und da bin ich wieder bei der flammenwerfer abteilung und darüber können mich überdecken ich werde gar nicht mehr liefen auch und das denominator weil ich mir Fellow noch mal dann war aber in meiner in meiner nicht unbedingt antun man muss sich leider was die sequels angeht passen gerade der boiler funktioniert jedenfalls wieder also gehen wir wieder nach oben oh hi das würde ich nicht so toll so ich bin mal gespannt ob das das einzige war was jetzt gerade so neu aufgetaucht ist gott hat der mich erschreckt ja du du kannst sterben blutungsschaden sogar guter blutungsschaden das ist schön das ist echt praktisch ja und hier fehlt mir halt auch noch ein secret hier muss ich rein klingt so als hätten sich die au ja genau blute schön du blutest sogar ziemlich gut teilweise du kannst nicht bluten komisch 12 ohmium na das macht nur bleeding wirkt nicht auf mechanische gerne chance zu schocken mit blut weapons chance zu schocken mit blut weapons das ist besser wobei eine 25 prozentige chance noch mal zuschlagen zu dürfen auch nicht ich brauche ich brauche etwas zu schocken zu schocken hier irgendwo ja ja jetzt habe ich zwei gears das heißt das heißt ich kann mich jetzt zurück machen zurück machen auf dem weg machen zurück zum dem bereich hier mal sehen was mir da so noch entgegen kommt hier erstmal niemand es ist dunkel au ouch war das ok 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 was haben wir hier eine masketeer weife zwei energy cells ist schon mal nicht schlecht ich brauche mehr nach fünf Jahren von Fumium Forschung ich kann sicherlich sagen es ist viel mehr intrigierend als wir schon gedacht wir müssen die Forschung geben wir müssen die Forschung geben ich sage Markus um mehr Menschen zu meiner Forschung und um das Büro für mehr Wissenschaftler ich habe Fits Anger jeden Tag wegen all dieser inept Personnel wir haben zwei sehr schwer dass sie mit aus die 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 sind die 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 Reife sieht cool aus. Die kommt mal mit. Das sieht aus wie Türen die aufgehen könnten. Ach, hei je. Und gar nicht so viel Zeug. Ah, ja. Genau. Ich hoffe, was auch immer von hinten kommt. Ah, nein. Das ist nicht gut. Das ist okay. So, löse ich dich auch mal aus. Ja, das kriege ich noch hin. Spuck deine Säure. Du bist tot, das ist gut. Jetzt muss ich noch dich tot kriegen. Eine Pause. Oh, interessant. So, und umschauen. Elf Kugeln, das ist auch gut. Ich habe mehr als genug Munition eigentlich. Deswegen geiz ich bei sowas auch nicht rum. Gut, hier theoretisch. Ich habe mich jetzt gerade das Ende erreicht von diesem Level. Ich will aber noch nicht ins nächste Level gehen. Ich muss noch Secrets finden. Gucken wir mal kurz. Hier bin ich reingekommen. Hier könnte noch was sein. Hier habe ich das eine Secret gefunden. Hier war nicht wirklich was. Und ich glaube, hier war... Ja doch, hier habe ich das andere Secret. Das hier gefunden. Also entweder vielleicht hier in dem Bereich. Wäre es möglich. Hier in dem glaube ich eher nicht. Oder im Anfangsbereich. Weil hier ist noch ziemlich viel freie Fläche. Zum Beispiel ist es lustig, dass nur die Zahnräder laufen. Und nicht mal die Pumpe läuft. Hm. Untertitelung des Zahnarzt